warum jams du immer das blöde trecksteil mehrfach wo wieder weapon jam und wieder mal vergiftet so er gibt wenigstens ziemlich gute erfahrungspunkte du machen antidote du gib ihm was zu essen was besseres bitte so da müssen wir mal kurz gucken also wir haben hier 5 2 und 3 123 war das richtig das war wohl nicht richtig ich mache sicherheitshalber hier die türen mal zu ich dass dadurch irgendwas wie sport oder so also richtig runterziehen du tigst dreimal du tigst dreimal ok wie oft tigst du du tigst zweimal also du dreimal du zweimal und du du tigst einmal ok zuerst muss es dreimal zweimal ticken also so zweimal genau dann muss es dreimal ticken nee du tigst viermal nee du tigst viermal das war falsch also zuerst zweimal dann so oft äh licht geht aus das war jetzt dreimal nee dreimal muss es zu schluss ticken also zuerst muss es zweimal ticken so dann muss es fünfmal ticken das war fünfmal hoffe ich und zu guter letzt muss es dreimal ticken das wäre dann so bingo hallo fackelhalter du bist ja auch altmodisch äh ok das ist ein teleporter rätsel ich markiere mal die teleporter die böse sind nehm mal an die ganze wand jo so hier wahrscheinlich auch ja also da da und da das heißt es geht nur hier wahrscheinlich rum äh nicht mal also hier ist auch also hier ist auch hä ah hier ist nicht hä ok äh nein das ist jetzt aber ein komisches teleporter rätsel du mach mal dunkelheit ok dunkelheit bringt schon mal nichts mach wieder das licht an ich sehe halt auch keine anzeichen wie das gehen soll hier gibt es auch keinen hinweis oder twisted passage also die x kann ich schon mal alle weg machen die bringen mir nämlich gar nix kann ich das irgendwie mit steinen probieren kann ich das irgendwie mit steinen probieren nein kann ich auch nicht nee so geht es nicht nee so geht es nicht nein so auch nicht nee ok diese passage ist gemein das hat auch nix gebracht nee nee äh nein nein okay ich probiere gerade wild rum das war es auch nicht nein 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 auch nicht teilweise teleportiert er mich gleich wieder zurück das ist doch fies ist das hier wirklich ein glücksspiel hier durch zu kommen ja irgendwie schon oder verhindert sich das immer im muster gucken wir mal ich kann hier nicht drüber ich kann hier nicht drüber beim zweiten mal beim dritten mal auch nicht vierten mal auch nicht fünften mal auch nicht sechstes mal auch nicht siebtes mal auch nicht achtes mal es ist immer dieselbe etage oder sagt bloß du hängst da nicht ohne grund nein du hängst da wirklich ohne grund also weg mit dir nicht dunkel machen bringt uns auch nichts also hier drüben sind überall keine teleporter wenn ich es mit dem stein mache dann geht das immer so da sind wir so gut geklappt nein auch nicht so auch nicht so bringt es auch nichts so bringt es auch nichts nichts nein wenn ich so gehe dann kann ich jetzt hier drauf treten ok so ist genau jetzt kann ich wieder hier drauf treten da war falsch und ich sollte das hier zu machen so jetzt kann ich wieder hier drauf treten da war falsch nein das ist wirklich lack lack base hier genau nein teilweise teleportiert mich schon zurück wenn ich reingehe und hier sind keine knöpfe die man drücken könnte dass das ganze aufhört und so kann ich auch nicht so werde ich auch immer wieder weg teleportiert das heißt nein okay wenn ich so gehen kann dann nee verändert sich irgendwas ja doch es verändert sie nein das war bloß eine bildung oder das ist bloß eine bildung oder nee es verändert sich gar nichts ich dachte es würde sich was hier an den bodenplatten verändern aber das ist nur meine ein bildung nein nein das war auch nicht richtig hier irgendwie durchkommen ich habe jetzt große lust mal einfach nenn dies der ab zu feuern lächern hier ist noch richtig da war falsch da war ich auch falsch ja für mich noch weg teleportieren Es gibt ja die Frieden. Jetzt kann ich wieder auf die Druckplatte treten. Ich kann immer noch auf die treten. Nein, auf die nicht. Und Silastra hat Hunger. Ah, ja. 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 Ah, ja.